Die Kosten im Gesundheitswesen sind ein grosses Problem. Es ist das Sorgenthema Nummer 1 der Schweizerinnen und Schweizer und das zu Recht leider. Wir haben ein hochstehendes Gesundheitssystem und wir haben ein Gesundheitssystem, das auch die ethischen Fragestellungen wirklich gut berücksichtigt. Der Grund, warum unser Gesundheitssystem einerseits gut ist, aber andererseits auch sehr teuer ist, besteht darin, dass niemand in diesem Gesundheitssystem wirkliche Anreize hat, um wirklich Kosten zu sparen. Wir haben falsche Anreize, der, der mehr macht, verdient auch mehr und das geht zur Lasten vom Mittelstand und der Familie und das müssen wir ändern. Ob ein Mensch im hohen Alter auch noch das Recht soll haben, eine bestimmte Operation überzukommen, eine bestimmte Behandlung überzukommen, das ist eine ethische Frage. Aber neben dieser ethischen Frage, die wir den einzelnen Menschen überlassen müssen und die die CVP überhaupt nichts ändern will, müssen wir schauen, dass wir an anderen Orten, wo wir wirklich Kosten einsparen können, dass wir das endlich machen, und für das gibt es unsere Gesundheitsinitiative, die dazu führen, dass wir eine Kostenbremse einführen können. Wenn Sie wollen, dass die Kosten im Gesundheitswesen wirklich in den Griff bekommen, dann müssen Sie unsere Initiativen unterschreiben. Wir würden uns für Ihre Unterstützung sehr freuen. Wir würden uns für Sie gerne ihrpannt anywhere. Wir würden uns für Ihre Pointe ein irgendwie ausprobieren,